Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil vom Pokémon Techniques auf Nintendo Switch mit mir von der Let's Base als Hobby, ja, und Mewtwo. Mein, was ist eine lange Aufnahmesession. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir den nächsten Kämpfer haben. Bis gleich. So, willkommen zurück. Nach einer Tag Kämpfen mit dem Computer haben wir jetzt den Mamadou gefunden aus Frankreich. Boah, Schuhe. Gruppe der Fee und Skalabra. Mamadou hat mir schon mal als Gegner. Der Name kommt mir zumindest bekannt vor. Bis schon eine Weile her. Aber wir hatten den schon mal. Da vermisse ich jetzt mal einen Zoe Kuh. Oh, das war ja auch gerade. Boah, wie schnell. Boah, das darf ja wohl nicht wahr sein. Boah, das war knapp. Meine Güte, warum konnte der so schnell seinen Strahl da abschießen? Boah, wie j Ou content. Boah. Oh, Mist. Boah. Oh, 네. 20 sehr schön meine güte das geladen preis aber auch anstrengend kam jetzt vielleicht nicht so ich musste voll auf der hut sei okay danke fürs zuschauen schon wieder ein sieg wunderbar und 225 prüge aber immerhin etwas bis zum nächsten kampf bei pokémon techniques auf nintendo switch mit mir von der ganz bessers hobby bis dann tschüss